Suratul Farak Surat 113 Der Tagesanbruch Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Sag Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet.